Das hört sich gut an, mit dem nicht schön reden, aber mit dem muss man mal fertig werden. Naja, er hat gesagt, er macht das deshalb, weil er will quasi die Lebensgeister von den Patienten anregen. Und er macht das aus dem Gefühl aus, wie weit er geht. Und er hat bei mir das Gefühl, mir kann man das sagen. Und ich habe die Kraft, dass ich quasi die Realität konfrontiere und da mit deiner Kraft reingehe in die Operation. Das heißt, die 35% praktisch mehr werden. Das glaube ich auch. Weil er sagt, das ist so, schau, da sind 100 Tieren und von den 100 Tieren gehen 35 in einen Raum hinein, der die nächste Lebensphase einleitet. Die anderen 65 Tieren gehen in einen anderen Raum hinein, wo quasi das Leben nicht mehr ist, wo was anderes ist. Und er hat gesagt, er glaubt aber, ich finde die 35 Tieren und ich muss noch eine von den 35 nehmen. Das war das Bild und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich muss mir im Klaren sein, dass ich die nehmen will. Und das bin ich mir eigentlich schon. Muss ich sagen, jetzt überlege ich, ob ich es überhaupt meiner Frau sagen soll oder was. Das sind so schwierige Sachen. Wissen Sie was? Ich meine, das müssen natürlich Sie entscheiden. Aber vielleicht überlegen Sie sich, ob nicht noch mehr Lebenslust geweckt wird, wenn Sie es Ihnen nicht sagen. Dann kann ich es damit überraschen, dass ich weiterleite. Nein. Nein, das ist sozusagen noch mehr. Oder vielleicht ist es umgekehrt, wenn Sie mit ihr darüber reden, dass es dann noch stärker ist. Ich weiß nicht, wie sehr Ihre Frau, naja gut, nein, das war es eigentlich nicht. Reden Sie, ist vielleicht doch gescheit, dass ich rede mit ihr. Nein, ich werde mir das noch überlegen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass erstens eben von dem, was der Doktor gesagt hat, dass das dann mehr sind, letztlich, als 35 Prozent. Deutlich mehr, wenn ich mir das ausschau. Ich muss ja nur einen finden. Ich muss ja nur einen von den 35 Prozent finden. Ja, eben. Wissen Sie, das ist das Ding. Und die finde ich. Das ist es. Sind Sie noch da nächste Woche? Wenn mich der Zuseck nicht beim Chicken erwischt. Ja, naja, weil ich fahre morgen in der Früh, fahre ich gleich eine. Nein, dann bin ich noch da. Und wenn es ist, bin ich in, schon in einer Woche komme ich direkt wieder zurück. Schaut, ich sage Ihnen was, das heutzutage, das Ganze mit den Beibas, das ist ja nicht mehr, das ist ja keine Hexerei mehr. Ich meine, ja, es ist eine Operation am Herzen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich warte auf Sie auf jeden Fall, Herr Neus. In einer Woche, sehen wir es in einer Woche im Park. Ja, weil ich werde schlafen gehen, weil die halbe ich schon um eine halbe Sieben. Nein, dann gehen wir schlafen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schlafen Sie gut. Denken Sie auf mich morgen um 11 Uhr. Wäre machen um 11 Uhr. Wir sehen uns nächste Woche. Schlafen Sie gut. Brauchen Sie es. Von Sarek Gurken.